Das ist keine Magie. Dies ist ein echtes wissenschaftliches Experiment. Berühre es mit deinen Fingern. Einen geschälten Knoblauch. Sie können das Eigelb eines Eis leicht anheben. Duschköpfe neigen mit der Zeit zur Verstopfung. Eine Tüte mit Bier über die Dusche stellen. Sicher mit einem Bierband. Eine Stunde lang ruhen lassen. Die Dusche ist jetzt wieder frei. Man kann nicht mit einem Strohhalm durch eine Kartoffel stechen. Einfach die Spitze des Strohhalms mit der Hand zusammendrücken. Die Kartoffel ist durchbohrt. Wissen Sie, warum? Verwenden Sie ein dünnes Papiertuch, um ein unfertiges Bier abzudecken. Auch wenn Sie die Flasche auf den Kopf stellen. Das Bier schwappt nicht über. Eine gebrauchte Maske auf das Ende eines Haartrockners stecken. Stülpen Sie eine halbleere Flasche über das Ende des Haartrockners, um ihn einzuschalten. Und er ist ein einfacher Staubsauger. Die Aufreißlasche der Cola ist versehentlich abgebrochen. Falten Sie einfach ein Stück A4-Papier viermal in der Mitte. Reiben Sie ihn ein paar Mal über der Cola hin und her. Die Cola öffnet sich, wirft den rostigen Schraubenschlüssel deines Großvaters in einen endlosen Vorrat an Bier. Über Nacht wurde der Schraubenschlüssel herausgezogen. Es ist so gut wie neu.